gestoppt und meinen Bauch gestoppt und ich bin also kerngesund sehr gut hätte ich nicht gedacht also Schmerzen habe ich auch gar keine Ergebnis sehr zufrieden obwohl es angeschwollen ist und ja ich bin sehr glücklich also hätte ich nicht gedacht dass ich so jetzt kommen werde ich wünsche dir weiterhin eine schnelle hallo alles gute menschen